wieder rein machen ja alte karte dabei oder sowas fand ich gar nicht außerdem hatten die die höhlen dahinten die hatten was ja vor allem bei der auswahl beide karten dann rein setzen und dann werden sie sehen welche mehr genommen wird ja so haben sie vielleicht gleich eine statistik dazu ein paar die alte vor ist die beste trainings ist es ist die karte bei nicht ja die neue faust die mag ich überhaupt nicht weiss ja nicht die alten drei packen hat man auf einmal mehr karten und wir wollen wir hin und dann zu den anderen rüber noch zum gegner oder du müsstest die teams verkleinern dass du sagst okay ich spiele auch nicht mehr nur zwölfer gruppen sondern ich spiele auch sechser gruppen und die las ich dann auch den kleinen wir wollen doch jetzt fünf oder was war das was wir machen wollen vier gegen vier ja 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 dann sind die kleineren karten besser ich weiß jetzt noch nicht ob es nur für cw geht oder allgemein ne ich denke mal allgemein mit zwei cw vier gegen vier das wird für cw wahrscheinlich gar nicht sein denn man wirklich nur für die normalen spieler die kommen massiv die werden gleich linke seite von der zitadelle kommen ja da war doch schon mal was meinst du zurück wenn ich jetzt mal einfach auf der einst ist dann weg ja was kann passieren ja die kommen schon die kommen hinter dir auf dem haus dein großer bruder der steht hier hinter dir auf dem haus ich bin jetzt auch noch anfangen zu schießen machst du mir aber angst das ist mal rechts auf die oder oben vorne auf die hat vom von der zitadelle gehen können sie wenn sie rumkommen können wir sie in eins aufs maul hauen ja ich hab nur das maul polster nicht aber das reicht meistens wenn die da oben ums eck umstrumpen warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal da ist ein dicker warte mal hier gucken da ist ein raven und noch was so was groß am battlemaster kommt da hinten rum ja wie soll das denn passieren die wollen alle ganz außen und zu also hotel habe ich noch drin ja bin ich dran bin ich dran kommt nicht an gerade er ist recht jetzt kommt delta der da ist ziemlich court ja bin dran ob der marodeur da ist das weg genau bevor ich eine c erfassung habe sind die weg ja die sind dabei ja mein ultra haben sie schon rausgeschossen super wie ging das jetzt da habe ich nicht viel chance das ist nicht so meine karte das ist überhaupt nichts für raketen gehen die hinten rum ne ja die haben sich direkt in die city verzogen jaja wir haben hier es immer hinter mir ist weg da leck mich doch mach ich nicht genau ja entgegen wir uns gesammelt dann wird der arsch aufgerissen burstrom wieder Jaa, ich hab den Platz Na die kommen ja alle zu dir Mag ich? Keiner hilft mir. Was ist das Deutsch denn? Target destroyed. Override Shutdown. New Target acquired. Override Shutdown. SRM Ammon at 25% Links von euch Und der eine Mechlin, die hinten so an der Hausmauer Jaa, fuck Bein ist das Bein Artillery Strike online Oh, ist der hinter dir? Nein, jawohl Schulter Oh, der hat Strikat drin, die Sau Jawohl Nummer 1 Jaa Jawohl Oh Nein, nein! Ja, das war scheiße Jaa, mein Gott Hast dir aber noch erkehlt die Dinger Tödliche, fernische Teile Jaa 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 Na ja, er konnte es nicht Nee, er konnte es nicht Jaa Jawohl Jaa, schönes Knappelspiel Ein Team Damage Jaa 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 Ich kam ein Waffenfeuer Flog über meinen Schädel drüber weg Und der Gegner vor mir war tot Jaa Ich hatte dich auf dich gezielt, aber naja Warte Warte Jaa